Angebliche Pläne für Braun Strowman bei WrestleMania 34 enthüllt. Wie Dave Meltzer vermeldete, ist Strowman momentan als Backup für das Main Event geplant. Sollte Lesnar oder Reigns was widerfahren, könnte Strowman als Ersatz einspringen. Dass das Monster Among Men nicht auf der Card zu sehen sein wird, ist allerdings auch nahezu ausgeschlossen. Baldige Rückkehr von Kane? Bei der jüngsten RAW-Ausgabe war Kane im Backstage-Bereich anwesend, hatte jedoch keinen Auftritt. Er wird für einige RAW-Events im März beworben, sodass die Möglichkeit eines WrestleMania-Matches von Kane nicht auszuschließen ist. Offensichtlich zieht Ronda Rousey doch nicht so, wie es sich WWE-Offizielle vorgestellt hatten. Die Vorverkäufe für den Elimination Chamber Pay-Per-View waren nicht zufriedenstellend und auch die RAW-Ausgabe, in der Ronda ihr Wochenschau-Debüt gegeben hat, blieb hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zur Vorwoche schalteten 85.000 Zuschauer wenige ein. Comeback von Rey Mysterio beschlossene Sache? Justin Barroso von Sports Illustrated berichtet, dass man Mysterio ein großes Match bei WrestleMania 34 geben möchte. Als gehandelter Gegner ist John Cena im Gespräch. Mike Johnson vom Power Wrestling Insider berichtet ebenfalls, dass sich Rey in Gesprächen mit der WWE befindet.